Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video geht es mal um ein etwas anderes Thema, aber ein sehr wichtiges Thema, und zwar das Thema Backups und Datensicherung von eurem Rechner. Backups und Datensicherung sind leider etwas, was viele gerne vernachlässigen, gar nicht machen, nur sehr unregelmäßig machen. Deswegen möchte ich euch hier in diesem Video jetzt zeigen, wie ihr komplett kostenlos eine Datensicherung von eurem Rechner einrichten könnt. Wie ihr eben die Sicherung einrichtet, wie ihr einzelne Dateien wiederherstellen könnt, oder wie ihr eben auch eine ganze Festplatte, zum Beispiel eben das Betriebssystem, wiederherstellen könnt. Also kommen wir kurz zur Software. Ich benutze jetzt hier die Software Veeam Agent for Microsoft Windows. Das ist eine kostenlose Software. Es gibt diese Software natürlich auch in einer bezahlten Version. Da habt ihr dann noch mehr Features, aber die kostenlose Variante reicht für die meisten Anwendungsfälle vollkommen aus. Für die Erstellung von Backups gibt es ja prinzipiell sehr, sehr viele Softwaren, kostenlose, kostenpflichtige. Windows selber bietet ja auch Möglichkeiten an, Backups zu erstellen. Ich will gar nicht sagen, dass die eine Lösung jetzt schlechter oder besser ist als die andere. Ich mache meine Backups aber halt schon seit einigen Jahren mit Veeam. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, deswegen zeige ich euch das jetzt hier. Als nächstes ist dann jetzt noch kurz zum Sicherungsziel. Ihr müsst natürlich ein entsprechendes Laufwerk, eine Festplatte, ein Speichermedium zur Verfügung haben, wo ihr die Backups auch drauf sichern könnt. Und dieses Medium sollte zum einen natürlich groß genug sein. Ihr könnt, das zeige ich euch dann später, wie das genau funktioniert, aber kurz zum Aufbau von so einer Datensicherung. Der häufigste Fall oder ein sehr oft benutzter Fall ist, dass ihr ein Vollbackup zuerst von der Partition, dem Rechner, was auch immer ihr sichern möchtet. Ihr könnt auch einzelne Ordner nur sichern. Da wird zuerst ein Vollbackup erstellt. Das ist dann entsprechend so groß wie die Quelle quasi, das, was ihr sichert. Ein bisschen kleiner, weil es wird komprimiert, aber nicht so viel. Und dann könnt ihr eben einstellen, wie oft oder wie viele nachfolgende Speicherpunkte auf der Festplatte gespeichert werden sollen. Also ihr könnt zum Beispiel einstellen, dass mittwochs und sonntags euer Rechner gesichert werden soll und dass ihr acht Wiederherstellungspunkte auf der Festplatte speichern möchtet. Das heißt, ihr könnt dann effektiv Daten, die vier Wochen alt sind, wiederherstellen. Nach vier Wochen werden dann quasi die älteren Backups automatisch nicht gelöscht, aber die Änderungen quasi werden mit in das Vollbackup hineingeschrieben, sodass ihr immer acht Wiederherstellungspunkte zur Verfügung habt. Ihr könnt natürlich auch neun oder vier einstellen, je nachdem, was ihr wollt. Aber ihr müsst halt ein Sicherungsziel haben, was auf jeden Fall so groß ist wie die Daten, die ihr sichern wollt, plus die Größe, die dann halt die ganzen Änderungen, die gespeichert werden, weil in den nachfolgenden Backups, die sich dann inkrementelle Backups nennen, werden nicht mehr alle Daten gesichert, sondern nur noch die Daten, die sich nach dem Vollbackup quasi verändert haben. Und das ist dann halt logischerweise wesentlich weniger wie das Vollbackup. Und das zweite ist dann der Ort, wo sich dieses Medium befindet. Ganz schlecht ist logischerweise die Sicherung quasi auf eine andere Partition der gleichen Festplatte zu machen. Besser ist es dann schon, wenn ihr in euren Rechner zum Beispiel eine weitere Festplatte einbaut. Die beste Lösung, aber natürlich auch die kostspieligste, das will ich gleich dazu sagen, ist die Lösung über einen Netzwerkspeicher. Eine Sicherung auf einen Homeserver geht natürlich auch, falls ihr sowas habt. Da solltet ihr euch einfach mal das genauer anschauen, welche Möglichkeiten es da gibt. Also kommen wir dann jetzt als nächstes mal zur Einrichtung eines Backups. Ihr ladet euch hier einfach Veeam Agent vor Microsoft Windows hier herunter. Ihr müsst leider hier quasi ein Konto erstellen. Dann könnt ihr das einfach runterladen. Habt ihr es durch die Installation geschafft, dann seht ihr dieses Fenster. Hier könntet ihr jetzt direkt schon ein Backup quasi erstellen. Wir machen das aber gleich, deswegen überspringen wir das jetzt mal. Und auch die Recovery Media Creation machen wir gleich, überspringen also auch das. Und am Ende sehen wir dann hier unten, dass dieses kleine Symbol aufgetaucht ist. Das ist das Veeam Control Panel. Das öffnen wir jetzt einfach mal. Hier kriegen wir jetzt nochmal gesagt, dass wir das Ganze eben im kostenlosen Modus betreiben. Und wir könnten eine Lizenz installieren. Das hat dann auch Feature-mäßig ein paar Vorteile. Für den Normalgebrauch ist das aber nicht erforderlich. Wir drücken hier einfach auf Nein. Diese Meldung kommt dann auch nicht wieder. Um dann jetzt hier einen neuen Job anzulegen, gehen wir dann jetzt hier oben mal auf die vier Striche und sagen Add New Job. Auf der ersten Seite könnt ihr einen Namen eingeben. Und hier könnt ihr dann jetzt festlegen, was ihr sichern möchtet. Ihr könnt entweder direkt den ganzen Computer sichern, könntet sogar USB-Festplatten mit einschließen. Ihr könnt hier manuell auswählen, welche Volumen ihr sichern wollt. Oder ihr könntet sogar hier unten sagen, ich möchte nur bestimmte Ordner gesichert haben. Ich wähle jetzt mal das hier aus. Das wird wahrscheinlich der häufigste Anwendungsfall sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel einfach nur das C-Laufwerk sichern wollt. Und hier auf der nächsten Seite kriegt ihr jetzt alle Festplatten angezeigt. Jetzt habe ich nochmal fix eine externe Festplatte angeschlossen. Die wird dann hier auch angezeigt. Ich möchte jetzt hier das komplette Betriebssystem gesichert haben. Also mache ich hier den Haken bei Operating System. Dann wird automatisch schon die C-Partition ausgewählt. Auf die externe Festplatte möchte ich dann jetzt gleich meine Backups sichern. Die wähle ich dementsprechend nicht an. Klicke auf Next und dann kann ich hier jetzt auswählen, wo ich meine Backups hingespeichert haben möchte. Lokal wäre dann eine externe Festplatte oder eben eine interne Festplatte. Ein Shared Folder hättet ihr dann, wenn ihr zum Beispiel einen Netzwerkspeicher habt. In meinem Fall habe ich jetzt hier eine externe Festplatte. Ich wähle jetzt hier also lokales Storage aus. Habe dann hier meine externe Festplatte und kann jetzt hier noch den Zielort bzw. den Zielordner auf der Festplatte ändern. Und hier unten könnt ihr jetzt eben einstellen, wie viele Wiederherstellungspunkte auf der Festplatte gespeichert werden sollen. Es ist so ein bisschen vom Wortlaut doof gemacht, dass hier eben dann sieben Tage steht. Wenn ihr jeden Tag ein Backup macht, dann habt ihr logischerweise für sieben Tage einen Wiederherstellungspunkt. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel, wie ich das vorhin mal gesagt habe, Mittwoch und Sonntag nur ein Backup macht, dann werden nur diese beiden Tage hier quasi gezählt. Steht ja auch hier hinten, dass Tage, wo kein Backup ausgeführt wird, hier nicht berücksichtigt werden. Das heißt, es ist effektiv die Anzahl der Wiederherstellungspunkte, die auf der Festplatte behalten werden. In den erweiterten Einstellungen gibt es hier noch den Punkt, mit dem ihr automatisch an bestimmten Tagen auch ein Vollbackup erstellen könnt. Das inkrementelle Backup hat den Vorteil, dass es eben deutlich weniger Speicherplatz bedarf und auch schneller geht. Hat allerdings den Nachteil, wenn irgendwo in dieser Backup-Kette mal ein Backup kaputt ist, und insbesondere das Vollbackup, dann sind auch die inkrementellen Backups nicht mehr zu benutzen. Daher kann es auch Vorteile haben, ab und zu mal ein Vollbackup zu machen. Das könntet ihr hier einstellen, gehen auf Next und hier stellen wir jetzt ein, wie oft unser Sicherungsjob laufen soll. Die Uhrzeit und hier können wir dann eben einstellen, an welchen Tagen. Wir können dann jetzt hier zum Beispiel sagen, an diesen Tagen und dann gehen wir hier neben auf den Punkt, der so ein bisschen, hier ist reingerutscht, das ist wahrscheinlich ein Anzeigeproblem von Windows 11. Und hier könnten wir jetzt sagen, wir nehmen Mittwoch und Sonntag, klicken auf OK. Hier unten könnten wir zum Beispiel auch noch einstellen, dass das Backup immer dann starten soll, wenn die externe Festplatte dann angesteckt wurde. Das kann dann jeder für sich entscheiden und dann einfach auf Apply. Hier kriegen wir das Ganze nochmal zusammengefasst. Dann drücken wir auf Finish und dann seht ihr, hier ist der Job aufgetaucht. Und wir könnten jetzt im Prinzip mit Klicken auf Backup Now direkt ein Backup durchführen. Wo wir dann jetzt aber zu der Wiederherstellung von Daten kommen, jetzt noch kurz zum relativ wichtigen Teil des Recovery Media. Und zwar ist es so, das zeige ich euch dann gleich, ihr braucht dieses Recovery Medium, wenn euer Betriebssystem, zum Beispiel die ganze Festplatte kaputt gegangen ist. Dann kriegt ihr hier durch dieses Recovery Medium eine ISO-Datei, die macht ihr auf einen USB-Stick und von diesem USB-Stick startet ihr dann. Und dann könnt ihr von dort auf eine neue Festplatte zum Beispiel die Sicherung wiederherstellen. In diesem Recovery Media sind auch alle Treiber für euren Rechner, speziell für euren Rechner mit eingebunden, sowas wie Netzwerktreiber. Kleiner Nachteil ist hierbei, dass dieses Recovery Medium auch sehr stark an die Windows-Version gekoppelt ist. Wenn ihr dieses Recovery Medium jetzt erstellt und dann zwei Jahre später nach einigen Windows-Updates, kann es sein, ziemlich sicher sogar, dass ihr mit diesem Recovery Media dann nicht mehr weit kommt. Und dann müsst ihr erst ein neues im Prinzip wieder für euren Rechner erstellen. Die Backups funktionieren trotzdem, die haben damit gar nichts zu tun, es geht lediglich um das Recovery Medium. Das heißt, ihr müsst hier so ein bisschen darauf achten, dass ihr regelmäßig mal das Recovery Medium neu erstellt. Das ist eigentlich mit ein paar Klicks getan, das zeige ich euch kurz. Ihr könnt hier auswählen, in welcher Form das Recovery Medium gespeichert werden soll. Ihr wählt hier einfach ISO-Image aus, könnt ihr unten dann auch sagen, was eben mit eingebunden werden soll, sowas wie Netzwerktreiber, Hardwaretreiber. Und zum Beispiel könnt ihr auch sagen, dass bestimmte Orten noch mit eingebunden werden sollen. Klickt dann weiter, dann sagt ihr einfach, wo das gespeichert werden soll. Das solltet ihr im Optimalfall natürlich nicht mit auf der Festplatte speichern, die gesichert werden soll. Ist jetzt in meinem Fall aber erstmal egal. Ihr könntet hier jetzt auch noch das Ganze mit einem Benutzernamen und Passwort sichern und dann sagt ihr einfach erstellen und dann rödelt das durch und erstellt euch einfach diese ISO. Damit jetzt euer Recovery Medium kompatibel ist mit der aktuellen Windows-Version, ist es nicht nur erforderlich, dass ihr eben ein Recovery Medium regelmäßig mal neu erstellt, sondern ihr müsst auch gucken, dass eure Veeam-Version hier die aktuellste ist. Deswegen habe ich bei mir jetzt hier bewusst mal eine ältere Version installiert. Ihr könnt das Veeam nämlich ganz einfach hier updaten. Dazu geht ihr hier oben auf die vier Striche und dann auf About. Und dann seht ihr hier unten bei mir jetzt sogar schon eine Warnung, dass eben meine aktuelle Version nicht kompatibel ist mit meiner Windows-Version. Und das möchte ich jetzt updaten. Deswegen klicke ich jetzt hier einfach auf Download. Dann lädt ihr automatisch die aktuellste Version runter. Und ihr könnt es dann direkt hier raus installieren. Ihr müsst also nicht auf die Webseite gehen und alles wieder neu runterladen, sondern es geht hier mit ganz wenigen Klicks. Wenn ihr das Update dann installiert, dann sagt Veeam euch auch schon, dass ihr bitte ein neues Recovery Medium erstellen sollt. Kommen wir jetzt also noch zum Teil, wo wir Dateien wieder herstellen. Ich habe hier jetzt einfach mal so eine kleine Textdatei erstellt. Ich habe hier einfach nur was reingeschrieben. Und diese Datei werde ich jetzt als erstes mal löschen. Ich lösche auch oder leere auch den Papierkorb. Und jetzt möchte ich die Datei wieder herstellen. Ich habe hier eine Sicherung gemacht. Dann klicke ich hier auf diesen Sicherungspunkt einfach drauf und sage hier unten Restore File. Und dann habt ihr hier die beiden gesicherten Volumen. Das eine hier, das Volumen 1, ist jetzt einfach dieses Boot-Volumen, was ja auch mit gesichert wird. Aber uns geht es ja jetzt hier um C. Und da ist es jetzt am einfachsten, wenn ihr hier oben einfach auf In-Explorer öffnet, dann wird das Ganze quasi virtuell in eurem Explorer geöffnet. Und ihr könnt einfach jetzt in den entsprechenden Ordner navigieren. Hier ist die Datei. Und dann kann ich hier ganz normal sagen, ich möchte die Datei kopieren und füge sie mir wieder auf dem Desktop ein. Das mache ich wieder zu. Und wenn ich fertig bin, kann ich auch das hier wieder zumachen. Ich mache hier meinen Veeam zu. Und dann habe ich die Datei wieder da, wo ich sie gern haben möchte. Wenn ihr hier unten auf Restore Volumes geht, dann könnt ihr theoretisch dann das ganze Volumen wiederherstellen. Hier seht ihr dann die Speicherpunkte. Wählt hier aus, welche Festplatte ihr zurücksichern wollt. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Dann sagt er mir jetzt schon, dass ich das nicht logischerweise in das laufende System wiederherstellen kann. Und hier könnte ich jetzt eine andere Festplatte noch anschließen. Und könnte dann hier einfach auf eine freie Fläche sagen, dass ich das dahin wiederherstellen möchte. Und dann klicke ich hier einfach zweimal auf Weiter und dann geht das los. Und wenn ihr jetzt euer Systemlaufwerk wiederherstellen wollt, dann wird eben das Recovery Medium interessant. Habe ich ja schon gesagt. Dann erstellt ihr euch hier mit dieser ISO einfach einen bootbaren Stick. Und von diesem bootet ihr dann. Habt ihr dann von entsprechendem USB-Stick gebootet, dann seht ihr zuerst diese Übersicht. Wir wollen jetzt hier Daten wiederherstellen. Benutzen also die ganz normale Wiederherstellung. Dann sucht ihr jetzt hier schon automatisch nach Backup-Dateien. In meinem Fall hier hat er jetzt sogar schon automatisch das entsprechende Backup gefunden. Sollte er es nicht von alleine gefunden haben, dann könnt ihr das hier einfach suchen. Wenn ihr das Ganze auf einem Netzwerkspeicher habt, benutzt natürlich hier unten die Option Network Storage. Hier seht ihr dann die Wiederherstellungspunkte. Ich habe jetzt hier nur einen. Bei euch werden das dann möglicherweise mehrere. Und dann könnt ihr ja eben auch sagen, ob ihr einzelne Volumen, den ganzen Computer oder das komplett manuell machen wollt. Im komplett manuellen Modus könnt ihr dann für jede einzelne Festplatte sagen, wo ihr sie auf dem Ziel dann haben wollt. Und dann klickt ihr einfach noch zweimal auf Next. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Soviel zu diesem Video und auch zu diesem Thema. Wenn ihr hierzu noch Fragen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ich euch irgendwas dazu zeigen soll, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass es für den einen oder anderen interessant oder hilfreich gewesen ist. Und dann bis zum nächsten Mal.